In den Werkstätten bei FUFOX werden zu unterschiedlichen Themen Do-It-Yourself-Projekte und Rezepte vorgestellt. Erfahre mehr über die einzelnen Werkstätten und deren Projekte. In der Pendelwerkstatt dreht sich alles um mechanische Pendeluhren. Erfahre mehr von der Aufarbeitung alter Pendeluhren, über Zerlegung und Reinigung mechanischer Uhrwerke und über das Upcycling von Pendeluhrgehäusen. Und wie aus ausgedehnten Uhren modern anmutende Designereobjekte entstehen. Die Bearbeitung von Holz zu kleinen Figuren und Gegenständen ist Thema der Holzwerkstatt. In der Backwerkstatt werden Rezepte zum Nachbacken und Nachkochen für jedermann vorgestellt. Ein Fokus wird auf Familien- und Backrezepte gelegt. An Einlegen der Backwerkstatt ist ferner Rezepte vorzustellen, wo Kinder mithelfen können und Interesse am Backen finden. Motive für ein Foto oder eine Fotostrecke finden sich eigentlich überall und zu jeder Jahreszeit. In der Fotowerkstatt werden auch schon einmal andersartige Perspektiven aufgezeigt. Während die Werkstätten jeweils ein bestimmtes Motto zum Thema haben, geht es in Homemade und Do-It-Yourself bunt zur Sache. Hier zählt das Motto selber machen.